Was könnte bei diesem Auto noch alles verbessern? Soll ich ihn tiefer legen? Oder soll ich Felgen kaufen? Oder soll ich ihn vorher doch lieber verlieren? Ich glaube ich habe es. Ich lasse mein Auto zuerst verlieren. 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020